Die vierte Kata im Sete Yairo heißt Zuckerhalter Stoß mit dem Griff in den Solaprixus. Das ist die letzte sitzende Kata des Sete Yairo, das ja keine Stilrichtung ist, sondern zum Kände gehört. Und die erste Kata mit Tarte Yisa, das heißt linkes Knie am Boden, rechter Fuß leicht angekippt, daneben. Die Hände sind jetzt nicht mehr flach, sondern zu lockeren, offenen Fäusten, Hellbogen hängen am Körper. Wir sitzen auf dem hinteren Fuß. Wer nicht auf dem hinteren Fuß sitzen kann, kann die Kata natürlich auch im Seisa machen. Das Seisa ist nicht die ursprüngliche Kampfstellung der Samurai gewesen, sie ist sehr viel unbeweglicher. Deshalb, wenn ihr sie nicht könnt, diese Stellung, lernt sie, übt sie, holt euch den Computer runter oder das Fernsehen auf dem Boden und setzt euch so hin, damit ihr eure Füße übt. Also, das ist die erste Kata mit zwei Gegnern, einer vorne, einer hinten. Auch das, wie gesagt, eher rituell als real. Wir greifen, gehen vor und mit Verzögerung erst hinten die Zehen aufstellen, stoßen wir den Griff in den Solarplexus. Dabei geht der Fuß vor. Es geht natürlich auch wieder drüber, wenn die rechte Hand offen ist, ein großer Teil des Drucks kommt von der linken Hand. Ich werde blank ziehen, waagerecht drehen, rechtses Knie bleibt, wo es ist. Geht also nicht mit bei der Drehung. Der linke Fuß dreht sich, während es machen wir Saja Iki, legen das Schwert an der Brust an und stechen nach hinten, wobei wir gleichzeitig Saja nach vorne und unten bewegen. Saja und Schwert sollten ungefähr den gleichen Winkel haben. Dann drehen wir den Fuß wieder zurück, greifen, machen senklechten Schnitt, beenden das, machen ein kleines Theorie. Noto, gehen dabei auf den aufgestellten linken Fuß wieder runter. Aufrechtsitzen, aufrechtsitzen, nicht vergrümmt. Aufrechtsitzen, nach vorne aufstehen, rechte Hand lösen, links, rechts, zurück. Da wir nur einen Schritt vorgegangen sind, gehen wir auch nur einen zurück. Das Gleiche noch mal zur Seite. Das Gleiche noch.